Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Schaut mal wer da hinten schon angekommen ist. Hallo! Ich sehe mich schon fleißig am Sattel und ich habe mir eine Momo rausgeholt. Ich bin heute ein bisschen in Verzug irgendwie. Ich war nämlich nur beim Bäcker und hab uns was zum Snacken geholt und war irgendwie ein bisschen spät dran. Aber man muss dazu sagen, die Lisa war auch super schnell da, einfach auf, keine Ahnung, eine Stunde, 20 Minuten. Und ich habe so mit zwei Stunden Fahrzeit gerechnet. Wir haben ja gar keinen Stress. Genau, wir haben den ganzen Tag alt, alles entspannt, jetzt machen wir die Pferdis fertig und dann starten wir los. Und vorher snacken wir noch ein bisschen was, oder? Genau, ganz wichtig. Immer bei uns, gell? Ja. Beef. Ich filme übrigens gerade, gell? Ich filme nicht, dass du Bescheid weißt. Ich weiß nicht. Wo ist er jetzt? Warum kommt er wieder? Alles auf Video. Der Nebel ist so mystisch. Das ist auch gut. Wir sind schon ein ganzes Stück unterwegs. Wir sind prinzipiell schon wieder auf dem Heimweg. Aber wir überlegen gerade, ob wir noch einen Abstecher machen. Nämlich wo? McDonalds! Der liegt nämlich quasi auf dem Weg. Er ist so ein kleiner Schlenkerer. Und wir haben extra schon mal Geld mitgenommen, falls wir da noch vorbei wollen. War der Memphis schon mal? Nein. Bei Mackie? In Canada war ich schon mal. Aber Memphis war noch nie. Bei uns ist der Putzweil weg. Bei uns ist der gar nicht so weit weg. Das hat man schon gesagt. Und deswegen werden wir das jetzt eventuell noch machen. Schauen wir mal. Das hat auch ganz interessiert. Nein, 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 nein. Bleib noch. Soll er jetzt auf der Stirn? Ja. Oh Gott. Soh, wir ändern euch nichts. Süß, gell? Soh, wir sagen wir mal. Soh, wir machen viele Räper. Wir machen immer die Bremse. Schauen wir mal. Jungen. Sie waren vielleicht nicht auf der Wirkungern. Dann können wir es machen. Das派flug ist schön. Das派flug ist schon mal zu sein. Schauen wir mal für mich. Hallo? Hallo? So, wir haben einen kleinen Abstecher gemacht hier zum goldenen M. Oma hat übrigens hingekackt, aber ich habe es auf die Seite geschoben, hier sind noch die Überbleibsel. Das war jetzt für die gar keinen Stress, oder? Für die Pferde? Nein. Und für die Mitarbeiter auch nicht, die finden das immer voll cool. Der will sogar, dass wir ein Foto machen, gell? Ja. Voll süß. Das ist auch etwas Besonderes, wenn auf einmal Pferde im McDrive oder McRide haben. Ja. Heute ist er langsamer, gell? Er passt sich voll am Moment an. Ja, er hat total zufrieden. Ja. Er wirkt auch voll. Ja. Ja. So, jetzt lassen wir uns aber unseren Snack hier schmecken, gell? Ja. Einen guten. Einen guten. Schön, dass wir das jetzt gebraucht haben. Wir sind zurück und die Pferdes schlürfen wir nach M. 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 Der briechner, nicht? Oh Gott. Hat er den nicht fertig machen lassen? Leg die Nummer hin, komm. Geht schon. So, wir sind irgendwie fertig einfach. Also mit dem, was wir so vorgeguckt haben, gell? Wie nennt man das? Wir haben einfach nichts mehr geplant jetzt. So wollte ich das eigentlich sagen. Wir sind nicht fertig, aber ist jetzt nichts mehr geplant. Und deswegen beende ich das Video jetzt an der Stelle. Lisa werden wir weiterfilmen, bis du daheim bist, gell? Ja. Bis alles zuhause verräumt ist. Hier wird jetzt nichts Besonderes mehr passieren. Deswegen war's das. Schaut auf jeden Fall bei der Lisa ihrem Video vorbei. Da gibt es natürlich noch viel mehr zum Sängen von der Vorbereitung und Verladen und Fahrt. Stimmt, ja. Wir gestern schon das Filmen aufräumt. Gestern schon beim Vorbereiten, ne? Äh, Hinger vorbereiten. Sehr gut. Und ich freue mich schon aufs Video. Und bei der Wer-würde-Ehe-Challenge, die haben wir nur gedreht. Wir müssen es dann auch vorbeischauen. Also das Stallvideo kommt zeitgleich online mit diesem hier. Genau. Und das Wer-würde-Ehe dann wahrscheinlich eine Woche später. Genau. Genau. Schaut's auf jeden Fall bei, auch auf Instagram. Blend die Namen hier wie immer ein. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Für dich. Bis zum nächsten Mal.